Ich habe fast vergessen die Aufnahmen zu starten. Seid gegrüßt so short of awe. Ich bin ja gerade am Handy dran und sehe gerade, dass es fast alle über 100% sind. Hätte ich fast vergessen. Diesmal mit Zell unterwegs. Habe ich ja vor ein paar Tagen erst. Das ist also bei mir gestern. Bei euch meine Folge ja ein paar Tage. Und... Ja, ich wollte mal überlegen, wen ich nehmen sollte. Ich werde mal überlegen. Ähm... Die Worte zur Auswahl. Ich wollte ja schon genommen, deswegen konnte ich den ja wahrscheinlich nicht nehmen. Weil der schon besetzt war. Ich bin aber momentan nicht der Schnellste am Klicken. Ich habe stark nachgelassen. Äh... So... Äh... Wer hat das denn geschrieben? Plastik. Wir sind Plastiker. Uh... Plastik für den Wind. So... Ne... Stehen die hier unten auch noch diese fiesen... Bäm... First Blood. Irgendwie mache ich das ziemlich oft, höre ich das Gefühl. Und... Und... Ja... Er ist okay gegen mich? Ist irgendwie... Standard mittlerweile. Ich habe dieses... Uh... Ja... Da... 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 Los Ja, ja, too close Äh, kurz konzentrieren hier Ich bin nämlich jetzt nicht hier Ja, der Flötlein Der ist unten, der Tau muss weg, Junge So, wieder einer weg Ja, pass auf, die kommen jetzt wieder Wir stehen ja da vorne schon in ihrem Hallding da. Bleib weg Junge, bleib weg. Seht da vorne. Ah, übertreibend regt. Boah, drunten. So, vorne weg. So, weg kleiner weniger. Das Problem ist nur für kurze Zeit. Ah cool. Ah! Ja, irgendwie voll langsam. Tschööö. Mh, aufpassen. Das Problem ist, normalerweise machen die SS den Amit an und springen dann erst, dass du weißt, dass der springen wirkt, aber das war jetzt halt nicht der Fall. Wir bleiben wieder viel zu lange in der Mitte, das Problem ist, sie sind aber auch die ganze Zeit geführt in der Mitte, scheiß Kombi hier unten mit dem scheiß Rino da, ja Rino dann geht der Krieg auf den Keks, ja lustig werden, wenn die hier die Hulti haben, ne 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 Fräulein Ju nicht, draufladen hier, ja wir haben gerade ganz andere Probleme, ich traue mich nicht da runter zu gehen, ich nehme einen so schnell auseinander, bringt es auch voll, wenn ich dich da reinlaufen sehe, wo sind die hin, Alter, wo sind die hin, so bin ich das alleine, weil die holen den Tank Drohne, oder, oder versucht die Tank Drohne zu holen, knapp den falschen erwischt, egal, die ist auch nicht so schnell, aber, ja, bleib du mal da, ich schalte halt nicht, ich wollte sagen, ich schalte die Stellung, aber, da ist er wieder, zack, stirb 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 stirb, nein, der kann natürlich weg springen, egal, komm, brauchen wir schnell den Tower zu beschädigen, hier, nein, wieso verlangsamt der immer mich, langweiler, sind sie wieder zu dritt hier, ja, die gibt es ja gar nicht, was machen die? Ehe, ich wollte sagen, wo er hätte, das ist ja gar nicht mir leid, ich wollte sagen, im Vorfeld, weg hier, dreck hier, da haben wir richtig ferie geschossen, Genau, Keks, oben, unten, über hinten. Ah, super. So, Ulti ist fertig. Ja, deren aber auch scheiße. Nein, das ist dann darum nicht so gut. Ah, der war super schlau. Kinos da unten, den traue ich nicht. Dem traue ich nicht, das traue ich nicht. Das ist ja schon wieder voll, also was als voll aber. Nie hier lang. Ah, ich doch. Ich laufe jetzt nicht den ganzen Ding ganz hinterher. Halt mich verarschen. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Waaah, ist klar. Warum? Ausgerichtet, ne? Ich kann auch was kreis heißen. Was ist denn da? 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 Ich kann auch. Ich habe dann gerade geguckt, wie gut das Team ist. Dauer ist weg. Nicht mit mir Freundchen. Nein, der hat mich noch halbwegs gehabt, der Kleine Hat auch nichts gebracht, also ein bisschen Schaden hier Der Wolken steht einfach die ganze Zeit da unten und macht Ohne klatschen Ja Wollen wir dazu sonst sagen, ne? Ah, knapp Ich hoffe da nichts Aber ja klar, dass er in dem Moment wieder weg springt, ne? Na klar, Drohne hält wieder alles auf Das ist eigentlich der anderen Nein, wir können die Fenster nur zu dritt stehen und zu viert Es fehlt noch jemand Da hinten ist ja einer Pujus Komm, jetzt aber müssen wir mal den Tower da vorne erwischen Komm schon, der Tower muss wenigstens weg Die in der Mitte Zum Vorteil haben So Komm jetzt von oben hier Tack Tack Tick Komm schon mal Wow Können wir natürlich nicht machen, jetzt die angeblichste aus der Reichweite, ist klar. War natürlich nicht aus der Reichweite. Egal, wir können einfach weitermachen, gut dass die Ulti schon verwendet hat, sonst wäre das jetzt nicht möglich gewesen hier. Wie viele Drohnen kommen bei denen immer raus? So, sehen wir nicht auch nur die schluss Tank Drohne. Da hat auch noch die Wand getroffen. So, so, jetzt ist es aus der Reichweite gewesen, das habt ihr gesehen. Jetzt war es innerhalb der Reichweite. Ich habe ihn jetzt gebracht, weil der Supporter da gerettet hat. Oh, ich weiß ja nicht, ne? Obwohl, der war innen der Reichweite. Obwohl der ziemlich hart an der Grenze war. Aber eben war es außerhalb der Reichweite. Okay! Ähm… Jetzt dies … Geh weg. Was? Kriegs Aura. So, so. Uah. Alter. Was passiert hier gerade wieder? Was passiert hier? Der Vulcan, der steht die ganze Zeit da unten. Der Rino ist eigentlich nur am sterben, wie es aussieht. Nach kommenden, nur ich mal kurz die Chance hier. Weiß. Weiß. Grün. Was ist da hinten? Blau. Grün. 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 Weiß. Weiß. Was? Ja. Ist, äh. Ja, war es ausgeglichen. Ja, verpiss ich mit deiner Schlesulti da. Grün, man. Toll, jetzt habe ich keine Heizzone mehr. Da muss alle Lust haben zu sterben. Gehen und wieder gestorben. Wer hätt's gedacht? Ich hätt's gedacht. Da krieg ich wieder Lust auf Kamikaze-Tur, ey. Habt ihr dich getroffen? Hab ich gesehen. Leute. Kann du da ernst sein? Kann doch nicht dein ernst sein. Ja, ja. Ist das so. Ist ja ne Kill, ja. Ja. Einfach pissig. So. Wo kam denn jetzt der Vulken her? Ach, der stand da die ganze Zeit. Ist ungewohnt, dass da Vulken in der Mitte steht. Weil wir die ganze Zeit... Nein. Brauch ich nicht. Hier oben das Ding hier. Ich bin das grad so gewohnt, dass der Vulken in der Mitte steht und verliert. Stirbt. Nein. Ist ja nicht so. Eigentlich stirbt da nicht die ganze Zeit. Ist ja der Grino. Mann. Verpiss ich mit den scheiß Raketen. Ich füße ich mit deiner scheiß Quarantänezone. Ich füße ich mit deiner scheiß Quarantänezone. Heute. Und hier sind wir ja voll, oder? Und hier sind wir voll ja. Ist doch der einzige der... Ja. Egal. So. Nein. Mann. Ja. Ich komme da nicht dran, der Pisser die ganze Zeit nur, kann man jetzt mal anders hier. Tja, Arschbeschnaller. Ja, wir gehen jetzt lieber kurz heilen, dann kommen sie wieder da mit der Kumpel mit dem Tussi da. Nein, ich krieg sie nicht Junge. Oh Jesus. So, verfolgen den Rhino, aber die holen auch keine Drohnen oder so, ne? Ich versteh das nicht. So, die Dschungeldrohnen, so lassen sie alle noch stehen wo sie sind, ne? Echt? Keine Ahnung. Hätte so zu sagen sollen. Dann schießt doch, blöd man. Ja. Mir gerade egal. Probier eine Ego-Tour. Das tut mir gut. Kann dir gar nicht nachvollziehen. Ja, ja, ungültiges Ziel. Wir sind nur auf kein... Ja, ungültiges Ziel. Wir sind nur auf keinem. Und jetzt schießt doch, dass wir die Dschungel-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl-Gerl. Auf wen schaffe ich das Ding jetzt, sonst verwende ich meine Ulti. So, ich wollte nicht sterben, eine Ulti brauch ich jetzt eh nicht. So jetzt auch mal ein bisschen Randal hier zu machen. So auch mal dazugehören. Alter, die scheiß kleinen Minion drohen da ne, seltsen. Komm den Tauer will ich schaffen Leute, obwohl die mir jetzt angegriffen kommen. Doch, da kommt der erste schon. Verpiss dich. Nein, verpiss dich. Ja, weg. Der Tauer ist weg, das hat es gebracht. Ziel erledigt, kommen Leute hier, die Drohne da müssen wir holen. Keiner reagiert. Heute, die Drohne in die Drohne müsst ihr holen. Nein, das schaffe ich definitiv nicht. Man kann nicht großartig gewinnen, man kann keine Drohnen holen, ganz ehrlich. Drohnen machen so viel aus. Ich wollte etwas vor dem oben Tau fordern. Wir versuchen hier noch so viel rauszuholen wie möglich. Wow. Mach doch mal. Der Tauer ist nicht bereit, ey. Fick dich. Ich entscheide wann was bereit ist. Ja, war das ein Ulti? Doch nicht. Ist sie verkracken. Nein, kriegst mich nicht. Huchala. Boah, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. So schnell weg, das Ding hier. Ah. Blöd, Mann. Nein. Lass meine Tankdrohne in Ruhe. Oh. Bis durch. Ja. Ja. Ich versuche dir zu helfen, jener Mann. Ich versuche ihnen zu helfen. Ich kann die eh nicht drücken. Wow. Mir die back, Mir die back, Mir die back. So. Ja, hepp, pack doch mal ein scheiß Tower da, äh, Drohne, da, hätte mir wohl ja den erwischt, da ein bisschen Ruhe hier, ein bisschen Spielraum, nein, boah, das war verdammt knapp, äh, mit 300 T-Pont bestimmt nicht stehen, so, Haltung hervorlich abgeschlossen, Speedbonus, weg, und erneut der Speedbonus, sehr ernst, nein, nochmal zurück, naja, kann ja, wow, das will ich nicht verarschen, komm, die Räume, ach, der Striker regelt das, wo sie die Ulti anwenden können, die versch Marti überhaupt 1000, 1600, ja, kann man tolerieren, Wir sollten nicht die ganze Zeit nebeneinander stehen. Werden die Raketen geflogen kommen? Warum sind die die ganze Zeit zu viele? Nein, verpissst du euch. So, nein, verpissst dich. Ey, diese Bulwark-Flatline-Kombination ist gerade richtig schlimm. Verpissst euch. Hat nichts gebracht, weil ich niemanden getroffen habe. Super. Effektiv hoch 10 oder so, ich weiß es nicht. Nein, Junge. Verpissst dich. Alter, betreibt doch nicht so, der ist weg. Wo ist das denn? Kann sein, dass er eine Rakete war, die er eingeschlagen ist. Ja, mal schauen. Wir sind ja direkt hier vorne in die Ecke. Alles mitbekommen. Ja, das bringt aber nichts, wenn die alle 2 Minuten nochmal drauf fahren und wenn er den Schild hat. Du, 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 du. Nicht mit mir, Fräulein. Verpissst dich mit deiner scheiß Rakete da. Ach, mit deinem scheiß Hubschrauber. Verpissst dich. Verpissst dich. Verpissst dich. Ahh, wie viel Drohnen kommen denn da an ey. Wie gedacht, da wär sie jetzt Ah, dafür ist der da Ey, wie viel Junge, gib mir doch nen Keks Danke Leute, danke Ich bin scheiße in der Theorie Ich hab versucht nen Drachen zu holen Alter, der Rhino ist elfmal gestorben, hat null Kills Was macht der die ganze Zeit? Wow, ihr habt uns alle erwischt Der Rhino ist wieder gestorben Zwölfmal jetzt schon Ich hab's aber auch nen Bot Gibt's ja gar nicht Ah, Junge, mach doch mal Ah, hat's zwar immer nen Kegel klaut, gibt's ja gar nicht Na, verpiss dich, Junge Besser als er mich will So, dann Ja, kommen grad da die Drohnen angeflogen Ah, die haben auch schon 6% oder 4% drunter Alter, wo kommen die ganzen Drohnen her? Ey, ist doch unglaublich Wie viel Drohnen einfach von denen spawnen Oh, schau mal an mich Oh, schau mal an mich Duh, 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 da Schlau kommst du den nächsten Drohnen, ist ja nicht schnell ernst, oder? Das bringt leider nichts, wenn nur das Ding da frei laufen lässt, wenn die Drohnen einfach zu übermächtig sind Müsserie? Keine Ahnung. Das ist die Drohne schon fast down. Ah, die haben auch eine Drohne wollt. Alter, wir sind Level 30. Alter, haben die Tankdrohne auch noch? Oh Gott, die weg hier. Natürlich vorbeigeschossen. Das war gekonnt vorbeigeschossen. Oh, die da hinten. Ja Leute, ihr steht hier und habt keine Drohnen, was? Einen hat es erwischt. Einen. Alter. Da. Ich darf nicht ganz zurück. Geh ehrenhaft unter. Hier unten unsere Drohnen stärker. Da oben sind deren Drohnen stärker. Wahrscheinlich weil wir halt, äh, Michelin Tower da stehen haben. Ich lasse jetzt unten die zwei Drohnen frei und dann... Alter, wieviel Schaden macht das scheiß Mistvie da? Unglaublich. 8000 Hip-Point nicht schafft... Du... Oh, Mist. Die suchen mich. Äh, gar keine Chance. Pull-Bug. Rettlein die ganze Zeit zusammen. Junge, 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 Junge. Ja, das Ding zieht sich hier so lange hin, ne? Da merkt man wieder, dass es wieder sehr ausgeglichen scheint. Ah. Mal so ungewohnt lange zu spielen. Level 30, Junge. Nicht bei Puta de Merda. Ja, ja. Putet ja auch irgendwas. Ja, ich komme natürlich nicht dran. Obwohl... Einer Striker. Was will der von mir? Ja. Oh, eben viel Kills mehr wieder. Da haben wir unten schon die Drohne geholt. Tja. Hat sie ihn aber hart erwischt. Sch... 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 Der scheiß Drohnen auf der oberen Leine, ne? Aber die anderen Drohnen sind einfach viel zu stark und bringen die Atelier Drohnen hier nichts Die Atelier Drohnen werden auch immer stärker Unglaublich Ich weiß dass es nichts bringt aber ich mache es trotzdem Unerwünscht, äh unverwüstlich Ach komm scheiß drauf Jetzt werde ich gefragt Kino 14 mal gestorben Äh 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 Warten wir kurz Äh ja Da haben wir nichts zu Äh Und dann hol ich auch die Drohne her Idioten Weißt du Wir haben ja heute schon die Atelier Drohne angeboten Und dann machen die einfach nichts Genau lockte hier runter Ich brauch's nicht helfen Ich hab hier alleine Als zweit Kosten Ja Oh Aber Verpiss ich doch du scheiß Ding da Na Verpiss ich Aber ja klar War ja klar Ich wieder niemanden treffe Echt krass Ah, scheiß Auto im Weg Muss ich verarschen Was machen die da? Ah Guck mal, finde ich dran, ne? Die sind scheiß Tau, ey Unglaublich Ist er da? Wir nerven so extrem rum Das ist nur, weil die im Team sind, ne? Ah, woher haben wir denn da? Ja, ne, ist klar Du kannst auch an deinen Feinden vorbeilaufen Machst du Ulti an und läufst einfach durch Verpiss dich, Junge Ich bin dein Weg Bist du höch? Rien ist wieder draufgegangen Hätte ich Aufwetten können Ach, ich stirbt durch der Spott Geht doch Nein Oh Gott, ey Dann soll das hier noch gehen Wir sehen uns Oh Gott, ey Und jetzt Selbst wenn wir den Drachen schaffen würden, gucken würde wir mit den Drachen nicht weit kommen Weil, ja, Flatline muss da einiges anrichten Ja, wir sind gerade ziemlich angeschlagen Soll nicht mein Problem sein Ja, der ist schon weg Ja, wenn ich warte, hat Pech Also Ich möchte ja gar nicht Irgendwie ist das Ja, gerade ein bisschen Ja, super Ah, eine scheiß Ulti hat der auch noch Wieder liegen Arm in Arm Ja, da ist noch ein bisschen Ja, da ist noch ein bisschen Ich hab' das jetzt noch mal Ich hab' das noch mal Ich hab' das dann Und ich hab' das auch noch mal Ah, wen haben wir denn da? Ich bin jetzt gefunden. Alter, hat denn noch alles im Petto, ey? Super, danke Stryker. Endlich vorbei, ey. Hat ja auch lange genug gedauert, 40 Minuten, ey. Ich glaube, die Spinnen hier holen. Endlich. Boah, aber ich war. Das war sogar schon fast besser mit der Flatline. Ja, der Rhino, mit dem brauchen wir nicht zu reden. Das war's dann für diese Folge. Sagen wir mal. Ciao. Warte, wir werden jetzt mal gucken hier. Gefangsprodukt. Boah. Ciao. Oh, jetzt auch mal. Ciao. 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 Ciao.